In diesem Video geht es um die besten Hartschalenkoffer. Der Qualitätssieger in unserem Hartschalenkoffer-Test geht an den Samsonite Spark SNG. Eine Vielzahl neuer Konzepte und weiterentwickelter Desings. Diese Kernkollektion bietet ein höchst umfangreiches Sortiment von Produkten für die Reise. Das moderne Design präsentiert sich leicht und extrem geräumig, sowie mit raffinierten Ausstattungsdetails für Schutz und Komfort. Integriertes TSA-Kabelschloss zum einfachen Verriegeln des Hauptfaches und aller Außenfächer in nur einem Schritt. Das Abreitkabinengepäck und die Spinnermodelle sind erweiterbar. Robuste Stoffe, verstärkte Rückseite aus Polyurethan, breite Reißverschlussbänder und hohe Radkästen. Doppelt versenkte Räder mit schützenden hohen Radkästen. Modell mit oberer Tasche mit herausnehmbarer Waschtasche und mit drehbarem Tragegriff. Noch geräumiger durch die versteckte Erweiterung und die versenkten Räder. Die Smartfix-Schnalle hält beim Packen die Kreuzbänder aus dem Weg. Das Sortiment enthält auch einen Spinner 82 im XL-Format. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Hauptstadtkoffer Mitte. Mit seinen 55 x 40 x 20 cm ist das Boardcase optimal auf die Handgepäckbestimmungen gängiger Fluggesellschaften ausgerichtet. Rhein Air EasyJet Eurowings Lufthansa oder TUI Fly Mehrgepäckverstärkte Koffererweiterung von 8 cm lässt den Koffer auf 55 x 40 x 28 cm 55 Liter wachsen. Hochwertig verarbeitete matte Hartschale 100% schlagfest stabil und flexibel moderner Look flach geformter Korpus im dynamischen Design. Eine Netztrennband stabilisiert das Reisegepäck. Ein Zwischenboden sowie die Netztrennband teilen den Koffer in drei Compartiments. Reißfestes Polyester äußerst pflegeleicht. Integriertes in die Kofferschale eingelassenes Zahlenschloss. Der Schließmechanismus entspricht den höchsten Sicherheitsstandards. Leichte Handhabung schützt das Gepäck vor unbefugten Zugriffen. Teleskopgriff mit Druckknopf sowie präzisem stufenverstellbaren Mechanismus. Ergonomische Tragegriffe an Ober- und Längsseite 4 versenkte gummierte Doppelrollen für mehr Packvolumen äußerst stabil, leichtgängig, wendig und leise. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Hartschalenkoffer-Test ist der Bye-Bye Hartschalenkoffer. Das eher leichte ABS ist sehr robust und der Koffer kann viel aushalten. Das Material ist bekannt dafür, dass es bruchsicher, schlag- und kratzfest ist. Durch seine vier Zwillingsrollen ist dieser Koffer besonders für glatten Untergrund geeignet. Dort ist er sehr wendig und du brauchst nicht viel Kraft aufzuwenden, um ihn zu bewegen. Zusätzlich kann er das Gleichgewicht gut halten. Eine stufenverstellbare Teleskopstange aus eloxiertem Aluminium ermöglicht ein komfortables Ziehen. An der Längsseite besitzt der Koffer vier Kunststofffüße zum Abstellen sowie Tragegriffe an Ober- und Längsseite. Mit integriertem Kombinationsschloss ist es einfach und bequem, ihren Koffer während der Reise zu sperren und zu entsperren. Das Dreier-Kofferset besteht aus einem großer Koffer, einem mittelgroßer Koffer und einem Handgepäckkoffer, welcher für fast jede Airline geeignet ist. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.